Hallo Leute und Willkommen zum langersehnten Zerg-Projekt mit diesen anderen da. Ja, mit den anderen da. Die ersten hüpfen schon von der Reihe weg. Geil. Haha, sieben, Alter. Geht schon los, Alter. Keine Wittgenwobb, okay? Das ist die Klinik. Okay, also die Regeln stehen hier, die könnt, keine Ahnung wer das vorlesen will, ich will es nicht. Ich will es nicht hören, Alter. Keine Wittgenwobb, keine Watt, blablabla, leck mich am Abend. Keine Wittgenwobb, keine Wittgenwobb. Keine Wittgenwobb, keine Wittgenwobb. Keine Wittgenwobb. Keine Wittgenwobb. Keine Wittgenwobb. Keine Wittgenwobb. Jedenfalls muss eine Folge kommen, kann man nicht verbauen, wenn man nicht verbauen kann. Alter, Leute. Haltet jetzt mal alle die Schnauze, eine Wittgenwobb. Jeder Tag muss eine Folge hören, kein Enderportal bauen oder nutzen, im Kampf nicht ausloggen. Das hast du sehr schön gemacht. Ja, danke. Leute, haben wir jetzt nicht in der Arbeit. Ich trau's doch nicht, ich seh' nicht. Leute, ihr müsst mal bitte die Aufnahme abbrechen. Was? Was? Wieso? Weil ihr, ähnlich. Schau. Warum redet ihr jetzt nicht nur Chessi? Das gehört auch dazu, zum Leben. Zehntmal, ja? Ach, scheiß drauf. Ich will das nicht mehr nochmal neu machen. Ich will das nicht mehr nochmal neu machen. Ich will das nicht mehr nochmal neu machen. Nee, lass los jetzt. Hey, Masse, ich zieh dich nicht mehr. Einfach weiter, Stefan, komm. Ich hab sowieso, bei mir waren noch was die Frames. Heißt, jetzt geht's jetzt weiter. So, jetzt geht's bei mir weiter. Der macht mich verrückt. Na ja. Okay. Als erstes, ich mach mal hier die... Hier die... Ich... Ich... Ich mach euch mal am besten... Dings. Ja, das war's Falsche. Verzieht euch alle! Verzieht euch! Verzieht euch! Verzieht euch! So, wir gehen jetzt alle... Also... Die Regeln liest du ja schon. Ja, hier gibt's jetzt die, äh... Die Startsachen. Start. Ich muss das abbauen. Okay, ähm... Was denn? Also... Bitte Start. Starten nehmen? Okay. Eine Scheibe... Und rechts... Äh... Sehr. Für das rote Vater... Achtung! 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 Leute! Ich würde sagen... Wir müssen mal das Tor aufmachen und ich bin in Game Mode 0. Das... Ja. Flo... Bei mir spart Crips um irgendwie geht... Also kann ich nicht zu lange aufnehmen. Ja, dann lass es einfach. Ja, okay. Dann nimmst du auch. Okay. Gut. Ich starte jetzt. Nochmal ganz kurz bitte. Ganz kurz. Ähm... Also ich... Ich mach jetzt gleich diese Dinger hier auf. Seif. Ja doch, ich mach Seif. Und... 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 Ja, die Koordinaten stehen hier hinten. Nein. Ähm... Ich weiss untritt sich ganz auswendig. Jetzt darf zwischen meinen Eiern wenn ich eh drück, Alter. Genau. Also die Koordinaten stehen hier auf dieser Wand hier. Und... Da einfach hingehen und... Dann... Eben jedes Team in einer einzelnen Comfy. Ähm... Aber wie machen wir es jetzt? Wir haben ja gesagt, dass man nur kurz Teamspeak bleibt. Das heißt... Ja eh. Wenn... Wenn ich das Tor jetzt aufgemacht hab, dann... Bleibt doch jeder da. Dann gehen wir aus der Teamspeak. Und gehen in... Keine Ahnung. In einer einzelnen... Was ist einzeln? In einer anderen Comfy. Also wir gehen in unser Teamspeak. Geht in euer Comfis. Und dann schreiben wir los. Und ab dann erst... Wieso? Ich kann halt das Tor aufmachen und dann geht's los und dann machen wir das. Mein Steak ist weg! Geht weg! Ich hab das! Ich hab den Steak! Wuhu! Die erste ist schon gegangen. Okay, nice. Gib mein Steak wieder. Äh... Ja, da würde ich sagen... Gut, dann geht's los. Äh... Wie gesagt, Koordinaten an der Wand und ich zähl runter. 3... 2... 1... Go! Ja! Ich wohne! Zum Ruh zu Flo! Erst einmal verpissen! Sag mal! Ja, wir gehen rot! Ich hab ja das mal rausgebracht! Mich auch! Flying is not a neighbor on the server! Juhu, was ist das für ne Mistgeboten, ey! Ich flieg weiter zu schau! Der könnte mich am Arschloch! Wui! Also, ja, wie gesagt, PvP ist jetzt gay sowieso! Ja, mach das jetzt, connecte mal! Ich muss mich kurz muten! Mach das auch nie, das! Ich will die wo sind! Ey! Ich glaub schon... Ja, wir sind... Wir sind... Ey, ich bin auf der Insel noch oben! Ich bin oben auf der Insel! He he he! Du bist... Wie schon lachst du ohne Zeit Team los? Bitteschön! He Master! Juhu! Ich bin dran! Ich bin dran! Ja! Warte! Daran denken! He Master, disconnecte mal kurz und komm dann wieder zu mir! Also komm dann wieder zurück! Leg mich nicht! Wie geht's bald! Ach ja, daran denken, wer jetzt stirbt, hat morgen eine Upload-Sprache! Achso, nicht morgen, aber Dienstag! Ich würde sagen, wir gehen da noch nicht hoch! Ja! Ey! Ähm! Treff uns mal unter diesem riesen Penis! Der kommt mal! Oh verdammt! Leute, wir gehen wieder in unser Teams-Bick jetzt drüber! Ja, Moment mal ganz kurz, bis ich unten bin! Ja, ok! Ich gehe in 2gma.de.mitrader.net User disconnected from your channel! User disconnected from your channel! Dick! Also schnell! Disconnected, connected! User was moved down to your channel! So! Ich nehme das alles am Stück auf, Alter! Ja! Nix geschnitten! Okay! Also, ähm... Oben, das ist ganz schön gefährlich! Ich war da grad... Ja! Wir gehen noch nicht hoch, haben wir gesagt! Ja! Gehen wir einfach zu unserer Stadt! Ja! Die liegt in dieser Richtung! Leute, wir haben uns übrigens... Wir haben eine sehr geile Stadt! Moment mal ganz kurz! Ich... Äh... Ich tue die Druckplatte weg! Ja jetzt! So, ey! Wohin? Ähm... Meiner fast! Ähm... Einfach uns nach! Oder mir nach! Wappelt! Ich hab Hunger! Scheiß drauf! Oh Max! Ich hab keinen Bock auf dich zu warten! Du müsstet! Komm! Oha! Du hast Steaks bekommen! Ich weiß! 2.30! Und jetzt bitte! Normale! Wo ist Flo? Dein... Oder? Wo ist der? Alter! Selbstbelief der Game! Alter, der Start! Das werde ich nie vergessen! Den Start werde ich nie wieder in meinem Leben vergessen! Ja! Ich glaub ich mach das in Slow Motion ran! Ja! 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 Das wird verrückt! Und das war am Anfang! Ähm... Ich bin tot! Nein! Leute! Wir haben... Also Flo und ich haben uns ausgemacht! Wenn's euch nicht stört, dass wir eine Burg bauen! Ja! Mit Bauern und alles drum und dran und... Oh shit! Max und Skeletze sind böse! Jawohl! Flo ist unser Bob der Bauer-Kleister! Bob der Meister! Ah! Ich bin untergefallen! Ha! Hörloppel! He! Papeest euch die dicken Kinder! Haha! Oh! Halt die! Halt die! Jungs äh... Keine Ahnung... Ich wollte irgendwas labern damit ich nicht so alle wirken! Sie erinnert mich irrt an schon! vielen weißt wir waren dazu durch die Gegens unsere Dings wir wandern durch die Ge... ok und dann wo ist meine Axt? ich habe keine Axt, ne habe ich... Alter das sieht da schön aus oder? nehmen uns dann gleich ein bisschen Holz mit ja können wir... meine Stimme Holz mit nehmt euch die roten Bäume bitte damit wir gleich Säplings von den geilen Bäumen haben ist der Timber muss installiert? ok das musste ich gar nicht der Timbermott ist drauf das wusste ich nicht was sind das für Säplings? Orange... ok das ist... sollte das dann ist Bruce Wood ist das ok aber trotzdem nehmen wir uns das mit sieht einfach schön aus ja das sieht sehr schön aus so schön rot haja rot oh hier habe ich einen riesengroßen Ding Sehen Dominic left the game? ich glaube wir haben den besten Start bisher ja ja es hat doch nie ein Projekt angefangen also generell nie wo seid ihr jetzt? wo seid ihr jetzt? wo seid ihr jetzt? ein Muffin? ich hab auch einen Apfel ach so ein... ich hab zwei ich hab zwei ich finde euch nett ich bin doch bei den Bäumen was? da ist Kohle da wird gemacht von uns also von es wird neb Güsel mit weil wir wir wollen Güsel Güsel neb Güsel mit doch Chocobus züchten weil ich weiß wie man die goldenen macht das ist um auf Trecken zu pflanzen neb Leute leider wir trefft uns alle oh scheiße wir wüsste alle zusammen bleiben weil wir wollen ja echt nicht verriegten da oben da ist ein Meteor eingeschaut was? naja knekt nur riet für Klee alter es geht aber nur mit Eisen glaube ich ne ah ja aber wehe Stefan du stirbst halt dann ist für mich auch upload sperre Jungs das klingt ja nicht ne das klingt ja nicht ladet euch mit also viel Essen ja weil immer viel Essen und viel trinken das ist nicht schlecht wo geht's lang nehmt uns Birkenholz auch mit Birkenholz ja kann man es geht in die Richtung bei der Map gehen müssen wir zu 776 Boah bei mir lag das ver-fickt ja gerade hat's auch ge-leckt bei mir bei mir lagst du so ver-fickt einfach bei mir hat's so ganz kurz ge-leckt gerade eben bei mir gar nicht du lagst du so hart einfach so ähm also lo- lol der Bord will nicht ab bei mir ah jetzt ja keine Ahnung wird wahrscheinlich sein weil jetzt zu viele irgendwas das sind schon die ersten Monster Scheiße Stefan nein Stefan 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 aus Boah oh komm weg da ist der Boss da ist der Boss da geht weg Alter Alter und wie das ist sie es hat kaputt gemacht bei mir lol Leute was war das das hat mir grad ziemlich Angst gemacht wenn ich ehrlich bin nein lass das Pferd in Ruhe ich lass das Pferd in Ruhe ich lass das Pferd in Ruhe Flo warum stehst du da das Pferd in Ruhe 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 da ist er der neue Achtegut der Achtegut die Achtegut ich alte konnte einfach nur Max und Bisschen ich bin er ich bin aber ich bin untergegangen er ich bin immer flieg flieg Flo komm ja ich hab nur gewartet ach da und da sind wir gleich wir sind gleich bei uns zuhause nein bisschen dauert es noch Alter ihr leckt bei mir ja irgendwie leckt ihr auch bei mir keine Ahnung oh bei mir leckt das so tierisch ja der Schießweil die wählt sich aufbaut bei euch ja ich hab aber auch voll die Pferd boah ey ich kann mich kaum richtig bewegen wartet mal ja ich bleib hier stehen boah wartet wartet mal ich kann mich überhaupt nicht bewegen Moment Leute aber wartet ah hier boah boah äh boah 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 ein Block rein achso ne da gehts ja warte mal einfach mit der Haare ein Block wegschlagen sodass euch kein Vieh erwischt da Bruder ist vom Dungeon da sind alaskische Sebeeren ich gebe ja was bitte die nicht schlagen ich weiß ich gebe Mühe achso können wir weiter ja dein Kollege Max können wir weiter ja können wir nicht schlagen weil wir ca auf zack ha k ja ha 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 der Bär-Multi-Kill-Alter Oh mein Gott, ey, das hat jetzt echt gefehlt Eigentlich müsste er der jetzt leffen Ja, da ist ein Ping... Oh, Leute! Wir müssen durch das Schneebium durch Ja, sammelt das ein, sammelt das ein! Bohohohoho Sehr schön, Creeper! Leute, denkt daran, dass es Hexen, da können auf der Oberfläche auch Diamanten sein, ja Scheißkopf! Renn, renn, renn! Mach's! Ey, geht ihm mal vor, ich schütze meinen Macht Aber da wisst ihr nicht, wo wir hin müssen Ich kann die Koordinaten sagen, ich seh's schon Das sind Pinguine Jawohl, Penguin Scheiß auf die Pinguine, Alter, lauf! Wow Die Pinguine, Alter, wir nennen die Skipper, Kowalski und Pride Eiter! Das ist ne richtig geile Burg, ist das ruhig oder? Ja, ja Nein, das ist mit Peter, aber wir wohnen da in der Nähe, ja Dahinter, um genau zu sein Scheiße, los! Wartet mal, ich komm ja gar nicht hinterher! Leute, und das ist unser Reichter, alles was ihr da seht Und hier ist der Stabmittelpunkt Nein! Scheiß, mein Electric Stab ist kaputt! Ach, wie schön! Das heißt, wir haben schon voll Eisenpiste rum Darum sind die Eisenplöcke, das heißt, ich werde die Eisenplöcke jetzt abbauen Und dann haben wir schon mal Eisen Das ist uns! Wollt ihr mich verarschen? Das gehört alles uns da Ist das gut oder schlecht? Ja komm, passt schon, besser als Johann nicht So Leute, pflanzt mal die Säblinge an, was ihr alle habt Aber nicht so, also verteilt schon Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Deswegen Herzchen Oh, okay Ja, voll süß Damit ähm Also es gibt verschiedene Herzen Also du, also Ähm, der dürfte jetzt gar nicht mehr joinen Hä? Das ist ein Scheibchen Du hast Der darf? Wieso joint der Arsch? Achso, wahrscheinlich mach der für die nächste Folge schon Naja Er dürfte aber gar nicht Ja, ey, ich küll schon mal ein paar Schafe für uns hier Leute, könnt ihr mir bitte die Dings da unterwegs schließen, weil wenn ich jetzt sterbe, ja, das wär Ich küll, ähm Ich hol schon mal für uns alle Schafe Meins wolle Eigentlich dürfte er jetzt erst morgen wieder joinen Ja Was? Ja, weil er gestorben ist Nein, mein Schwert ist schon weg Was? Keben? Inventory an? Ja, kein Wunder, er die ganze Zeit gegen Creepo und so weiter käme Nein, das ist aus Das ist schwer, das macht ja dann keinen Spaß Die Blöcke bauen sich immer wieder hin, das ist wie gesagt, ne? Also wundert euch nicht Jawohl, Leute, nächstes Hol, hol, hol Ah, Creepo! Okay, ähm Kein Plan, wo das jetzt dein Klang ist Ähm, eigentlich Soll ich ihn schreiben, dass er erst morgen wieder Ja, er darf erst morgen Ähm, wo seid ihr alle? Er ist ein Blöcker, aber Ähm, Moment Ich hab... Ich könnte jetzt theoretisch für einen schon... Schon wieder... Alter, was geht hier ab? Alter, und, und, ohne Spaß, wir haben die geilste Stadt ever So, ähm... Stimmt Stimmt Oh, geil, ein Teil! So, ähm... Ey, wie lange nehmen wir schon auf? Ähm... 17 Minuten Ja, wollen wir mal... Was, ne, ab 30 ist Ja, komm.. Ja komm, ist schon spannend, sag... Ah, jetzt legt's nicht mehr, jetzt kann ich die Blöcke wenigstens sa- Okay, ich nehm alles drücken, Moment doch. Leute, ich hab schon sieben Eisenblöcke, das heißt, fast ein ganzes D-Kammer jetzt, äh, Eisen schon. Das ist ja ganz schrieker. Oh, scheiße. Ich sag ja, beste Gegend. Wir müssen aufpassen, dass kein Meteor einschlagt, ne? Ja, auf unserem Haus. Also, dass es noch nicht gibt. Ich hab's eingesammelt. Oh, du Wichser. Leute, streitet euch nicht, wir sind ein Team. Ja. Ich will aber nicht mit dem Spaß mein Team sein. Ihr meint alles mit Liebe. Leute, könnt ihr mir mal den Creeper da unten wegmachen? Ich hab gar kein Schwert mehr. Ah, 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 ah. Ich bin grad am Abfahren wie du. Oh, da sind so viele Mist wieder. Und schon wieder. Ich hab so Angst zu verrecken, gerade. Wo seid ihr? Ich hab grad richtig Angst zu verrecken. Ach du Scheiße. Ich steck mich jetzt hier einfach mit dir. Da sind wir ein schwules Pärchen. Komm, komm, wir müssen uns paaren. Leute, ich hoffe es wird bald hart. Wird's doch, oder? Keine Ahnung. Scheiße, da kommt ein Skelet. 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 Nein, 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 nein. Du durfst mich verrecken. Du durfst mich verrecken. Das wär peinlich, hä. Ja, das auch. Ich glaub mir das ist der Hashtag. ManyGamerHD hört sich lustig an irgendwie. Ja, ist auch Jansgy. Aha. Warte mal. Da unten sind Creeper bei mir. Ja wir sind da. Was? Was wabbelst du? Oh hier sind Schafe. Ja, oh Schafe. Brauchen wir für alle Böcke. Fuck. Zombie. Ja okay, gib mir mal Holz und Wolle. Ich hab ähm, ja, wow. Leute, ich seh jetzt nicht wie so in der Züge, Alter. Das ist ein Portal. Geil. Ich mach allgemein, ähm, die sollen allgemein was damit schon. Ja ich, ähm, mach da schon mal betten. Ja, Max? Max, fertig rufen. Ja, was ist? Schau mal wo ich bin und äh, der Creeper. Moment, 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 Moment. Ein Bett kann ich schon machen. Oh, gerade schon wie diesen kleinen Unterflug fertig. Oh, was explodiert, was explodiert. Ein Creeper. Okay, aber wenigstens ist keiner gestorben. Ja. Ein Bett hab ich. Ey, wenn ich das gelebt und du schießt, dann bin ich Frau Meier, Alter. Frau Meier, Frau Meier, hat Gelde und der Hose mit braunen Streifen dran. Waaah, den was du immer ablegst. Genau. Okay, also so'n kleines Häuslein hätten wir. Ey, Leute, hilf mir, bitte, bitte. Okay, ich brauch noch eine Wolle und dann kann ich noch ein drittes Bett bauen. Geiles Deutsch, hilf mir. Okay, wo bist du? Ich glaube, es wird bald Tag. Ja, es wird Tag. Das ist sehr gut. Ey, Nick, Nick, Nick. Also das hier ist schon mal Äckchen Main-Madeplay. Oh, schon mal das Äckchen Main-Madeplay. Oh, 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 oh. Ein am Bett, dann haben wir. Leute, sind heute mit auch Creeper oder so? Ne? Ja, das sind, glaub ich, keine Ahnung, wieviel Monster. What the fuck? Oh, Nick, 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 bauch schon mal ein paar Kästen. Weil mein Evental ist schon relativ voll. Okay, ich mach Geroni-Monster. Ich backe fest. Ich backe fest. Ich backe. Ah, jetzt sind noch viel zu viele Monster hier. Auf einmal bringt sich der Back um. Auf einmal bringt sich der Back dann um, Alter. Oh mein Gott, Leute, müsst mir unbedingt helfen. Ja, ich bin grad dabei, aber jetzt hab ich kein Schwert mehr. Ich hab kein Schwert mehr. Ich muss mir kurz ein neues machen. Das Kabel ist da oben. Okay, ich hab euch schon mal. Leute, wie komm ich denn da jetzt raus? Ah, Creeper! Creeper! Ey, ich bauch mal für jeden eine Doppeltruhe. Also nicht für jeden, also pro Team. Ey, ich bauch doch immer, ey. Ich helfe dir gleich. Ich brauch nur ein Schwert. Okay. So. Ich muss noch mal reloaden. Moment, Moment, ich helfe dir. Soll ich's einfach abbauen? Warum ist der Server mehr offen? Was? Du bist noch online? Okay, jetzt. Okay. Da kommt ein Creeper. Da kommt ein Creeper. Da kommt ein Creeper. Da kommt ein Creeper. Microphone, nieder. Yes. Ich hab jetzt noch ein Wolle. Da. Ey, ich hab nen Bogen. Ey, schön. Kann ich mal wieder kurz schauen? Ähm. Ich könne mich mal ganz schnell um die Bäume. Wir brauchen ne Wertkar- Habt ihr schon? Ach ja, da. Ich mach ne Wertsachen-Kiste. Ey, wir haben schon paar Bäume. Okay, nice. Da, schaut da. Also, die Kiste in Decke gehört nur für Wertsachen. Wie Eier. 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 Kohle. Sagen wir, wie ich mich an die Farschen die ganze Zeit oder was. Ich würde, ähm, sagen, wir bauen uns, ähm, keine Autos, also wir bauen uns lieber so unskichens, also keine Waffen. Nein, Waffen sind jetzt in erster Linie mal richtig wichtig, vor allem für die Nacht. Leute, ich riskiere nicht. Geh in Betelta. Ne, doch, richtig. Geh mal da zum Wohnen hin. Ich dachte, ich hab mich grad verhört. Ja, Betelta würde ich auch allein gehen, ähm. Mit solchen, mit solchen ausrüsten. Ey, Glen Master hat was hingeschrieben. Lies mal. Da antworte ihm die Frage mal. Ich such mal ganz schnell Sand. Oh, da ist der Sand. Das war ja wirklich schnell. Ja. Ja, wir haben auch, ey, wir haben wirklich ein gutes Plätzchen erwischt. Ups, eher Storben. Kein Waffen. Weil er Storben ist. Weil er, eher Storben ist. Ey, ich könnte jetzt theoretisch nochmal so ein kleines Plätzchen, so ein kleines Geheimplätzchen für uns bauen. Auf hier grad. Ich bin zwar nicht der Kreative in der Gruppe, aber ich bin gut im PvP. Und das ist sehr gut. Eigentlich. Das wär sehr akzeptabel. Sehr, sehr akzeptabel. Ich brauch ein bisschen Stein, aber ich brauch mal wieder ein Steinschwert. Ja, ich baue grad Stein. Ab. Ich bin auch ziemlich gut dabei. Bei mir bugt das auch, Alter. Ja, Mann. Ja, Mann. Das ist, weil, das hörbar, weil jetzt auf einmal so viele Leute um sind. Wahrscheinlich. Ja, weil alle in verschiedenen Richtungen laufen. Ja, aber wir sind ja dann nicht immer gleichzeitig online alle. Ja, ey. Hoffentlich. So viel ist es eigentlich gar nicht. Weil ich denke, jeder produziert jetzt erstmal so zig Trillionen Folgen vor. Wir machen heute Flo, mache vier. Wart mal Flo, wir machen fünf Minecraft Tage, oder? Ist, dann wird PvP angeschalten. Ja. Ne, fünf. Echte Tage. Schau, das meinte ich. Fünf echte Tage. Wie fünf echte Tage? Nein, fünf echte Tage scheiße. Ja, weil wir haben noch gar nichts zum ausrüsten. Ja, eben. Leute. Am besten wir machen... Ja, ich baue ja grad Stein ab. Können wir erstmal so richtig schön Stein. Scheiß auf Stein, wir brauchen jetzt mal Eisen. Wir haben 63 Stück Eisen. Das heißt, jeder hat ein Eisenschwert. Und dann nehmen wir sich eine Axt mit und dann raubt man die Burg schon aus, ok? Ja. Aber da müssen wir echt aufpassen, weil das dürfen wir echt nicht unterschätzen. Ja, ich war in sowas schon mal. Das ist... Nicht nur du. Also, ich glaube, wir haben jetzt schon das beste Haus, oder? Jawohl, die Bäume sind auch schon Quacks, oder habt ihr die mit Bohrmehl? Ähm, ich hab die mit Knochenmehl. Bring Kupfer was? Alter, Kupfer ist gut. Okay, dann hab ich Kupfer gefunden. Ne, Kupfer, für was braucht man denn Kupfer eigentlich? Äh, für ne Schmiede. Echt? Ja. Ach, wollen wir sich den fetten, geilen Ofen da machen? Ja, das ist ja die Schmiede. Ja, da machen wir die, weil... Ich hab jetzt... Okay, dann soll ich jetzt also das Kupfer abbauen. Ja, ich hab Zinkies. Zinkies ist auch gut, sehr schön. Ich pack die da auch mal in die Uhr. So, ähm... Ey, Leute, das sieht so geil irgendwie aus mit den ganzen Bäumen da so. Max hat schon ein Schokopedia, das ist sehr gut. Ja, das ist Schokopedia, dann kann ich anfangen mit Gysol und so. Stell' mir vor, wir wären die Erste, ne? Die, was, ähm, so richtig viel... Äh, die, was schon ein goldenes Schokoboy hätten. Boah, das glaub' ich so ernsthaft. Das wär' geil, das wär' sehr, sehr geil. Leute, ich mach' uns jetzt mal alle an Eiserschwellen. Ja, das ist... Äh, brauchen wir für irgendwas, glaub' ich Slatio? Ja, glaub' ich. Mach's, ähm... Mach's dein Bett ist ganz rechts und meins ist links, okay? Okay. Okay. Ich will das... Ja, mir ist das wurscht, Flo. Mir ist ja... Es ist eigentlich auch wurscht. Kann uns jemand... Da! Ist es! Oh, danke! Oh, Tagepflicht! Oh, Flo! Ist das... Ist das jetzt dein Ernst? Da! Was denn? Da, dreh dich um, Flo! Da! Wartet noch, Kurt! Danke! Ich mach' ich... Komm' mal gleich wieder. Ich komm' mal ganz kurz wieder. Da ist ein Erste Schwert für dich. Oh, danke! Danke! Microphone muted! Was brauch' ich jetzt mal ein bisschen? Es tut mir leid, die werden mich jetzt wahrscheinlich eher alle hassen. Was machst du jetzt schon mal? Wofür? Nein! Bitte! Mach's! Bitte! Wieso? Die Größe passt doch zu dir! Die war weg! Bitte! Jetzt schreibst du bestimmt'n Nick hin oder sowas. Kann uns jemand zu unserer Stadt tippen ohne Scheiße jetzt? So sorry, sorry. So sorry. Dein Ernst? Was ist los? Ey! Nein! Ihr lasst die Penis da! Was ist los? Was ist los? Was ist los? Er hat'n Penis in unserer Stadt. Das kommt jetzt ins Vorhine drum. Nein! Nein! Du Mörderer! Du Mörderer! Ja! Ich geh' schon mal in den Turm. Kommt wer mit? Ne ey! Ich... Oh ne Junge! Wir haben grad mal ne Lederrüstung. Ja und wie willst du? Okay, gut. Ich mach' Meiserrüstung. Ey! Beenden wir den Partner. Weil wir sind jetzt bei knappe 30 Minuten. Stimmt! Wir müssen beenden. Ja okay. Dann machen wir aber gleich dann noch eine. Ja sicher. Okay gut. Dann... Bis zum nächsten Mal und... Ciao! Tschüss! Ciao! Ciao!